Norddeutscher Rundfunk 2021 Konstant und unauffällig, wie wir ihn erkennen, für David. Ich muss ehrlich gesagt sagen, er könnte vielleicht etwas Neues ausprobieren. Vom Typ her ist es natürlich etwas, das nicht gross auffällt. Es ist sicher praktisch für auf dem Platz. Aber man könnte es sicher mal etwas Schärfe einbringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020